Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, Brünstebörber. Willkommen zu Hause, Artyom. Und, belegen wir die Tasse drücken. Okay, hier sind wir jetzt. Was war das? Was? Ja, ja, ich geh gerade hoch. Fuck, hast du mich erschreckt? Naja, ich guck gerade hier. Aber ich will hier eigentlich gar nicht hochgehen. Wo? Nein! Ich habe noch einen Schlüssel gefunden. Irgendwo muss noch ein Safe sein. Irgendwo muss sein Safe sein, irgendwo muss sein Safe sein. Ich finde den scheiß Safe noch. Äh... Hier? Nein! Warte mal, war da oben nicht die Tür abgeschlossen? Wenn ich mich recht entsinnen kann. Nein, war die nicht. Hier, die Filter tauschen. Okay. Ist hier noch irgendwas? Holy moly, blow. Blow die. Ja, hier. Okay, Medipack eben benutzen. Okay. Äh... Ein bisschen bla 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 bla. Okay. Brandgranaten. Ja, ich weiß, das ist eine Metro mit Döns. Will ich euch jetzt auch sammeln. Zack. Markt. Na, wo bin ich denn jetzt? Markt, Markt, nein. Tote Stadt, ja. Von dem Tag an, an dem ich der Metro... An dem in der Metro endete, träume ich davon, wieder nach oben zu gehen. Diese magische Stadt, meine Träume wiederzusehen, die lebendige Stadt meiner Kindheitserinnerung. Doch was ich tatsächlich auf der Oberfläche sehe, ist ein Gespenst, ein Albtraum. Ich kann sie nicht wiedererkennen. Ich kann mich kaum erinnern, dass ich früher dort gewohnt habe. Dass meine Mutter und ich dort gewohnt haben. Wie glücklich wir waren. Oder auch nur ihr Gesicht. An nichts davon kann ich mich erinnern. Wie ich gehofft hatte, dass ihr Gesicht, ihr Lächeln wenigstens für einen winzigen Moment zurückkommen würde, wenn ich hier nach oben ginge. Es geschah aber nichts. Ich bin völlig allein. Und ich habe kein anderes Zuhause mehr als die Metro. Okay, jetzt gehen wir wieder runter. Schnell rennen. Und fallen. So, wir können. Wir können. Wir können. Wir können. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Okay. Deine AK will ich wohl? Ist bestimmt wohl geil. Hey, komm. Das ist nicht dein Herz. Ich geh da nicht lang. Doch. Besteck dich, Junge. Warum? Hast du den Verstand verloren, du Idiot? Verpiss dich, du Ding. Du Arsch, du. Ich habe jetzt Munition verschossen. Das ist die Torte Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Dankeschön. Kann ich da rein? Okay, nein. Gut aufgefangen. Geil. Oh. Du musst außen rum gehen, Artyom. Nicht in die Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist die Schacht im Hinterhof der vierter trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Rinderverdächt. Oh. Ahahahahaha. Okay, Moment. Ich guck mal hinterher alles durch. Da muss nichts mehr drin sein. M gedrückt, um den Kompass zu öffnen. Alter M. Achso. Du bist da lang. Okay, M für den Kompass Komm, wo komm ich hier lang? Geh einfach mal komplett hoch Nicht Wow, 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 wow Okay What the fuck is that? Sound Okay, verpiss dich Okay Das ist schon irgendwie komisch hier Jetzt, verpiss dich du Oh nein Das wollte ich auch nicht Die Filter austauschen Äh Wo ist denn jetzt? Da Okay Ist er jetzt tot oder? Ja Okay Verpiss euch Okay Hier ist nichts besonderes Ich dachte hier wäre es besonderes Also So, doch da Okay Rutsch mal runter Okay, fuck Da ist jemand Sieht man mich hier? Okay Okay, die haben mich nicht gesehen Hier Hier Merkt Vielleicht gemerkt Vielleicht gemerkt Filter 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 ist immer gut Filter läuft Filter Schreie Okay Okay Hier ist keiner Hinter nachgucken Hat noch einen Filter gefunden Mann Kann ich hier rein? Nee 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 Okay Da kriege ich immer wieder so Einblendung Okay Wow Wow Ah, die sehen mich nicht Okay Hier ist was drin Hier kann man nicht weiter, oder? Doch da Okay Gehen wir eben wieder zurück Genau da hinten blinkt es Genau da will ich hin Wenn ich da hinten kann Ja Energie sparen Munition und so Genau Deswegen wollte ich hier einmal kurz hin Ich wusste, dass es hier was gibt Wir wollen raus So Dann gucke ich mal nach Dann gucke ich mal hier Besser gesagt Nicht Ich gucke mal nach Okay Das ist nichts Okay Hier sind noch welche Seid ihr noch für mich? Okay Das ist geil Die haben alle für mich noch so ein paar Sachen Ein paar Filter Was ich eigentlich ganz geil finde Weil dann gehen wir niemals Out auf Filter Okay Ich muss sagen Das lässt sich ehrlich gut angucken Das lässt sich ehrlich saugut angucken Ich glaube nämlich das erste Metro habe ich auch schon mal angespielt Ähm Habe es aber nicht für ein Let's Play gemacht Habe einfach mal so angespielt Und Dagegen lässt sich das Wow Das ist schon eine größere Veränderung Würde ich sagen Also haben sie ehrlich viel rausgemacht Ich bin jetzt gespannt auf Bin jetzt gespannt auf Metro Last Light Weil Äh Das habe ich noch nicht gespielt Und ich bin jetzt gerade am Arsch Hier sind Ein bisschen In der Falle bin Oh shit Oh shit Oh 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 shit Okay nochmal einen rein Eben nachladen Laufen Die kommen jetzt nur aus der Tür Und drei Schuss Können ja in einem Magazin zwei töten Wenn ich alle treffe Und wenn ich auch weiß Wo die Lugner sind Okay hier kommt auch noch einer Hier kommen sogar zwei Scheiße 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 Okay Okay Kommt Ich zieh mir erst mal einen rein Hast du noch ein Medipack What the fuck Oh Okay Medipack ist nicht geil Ohne ein Medipack ist nicht geil Wollte ich eigentlich sagen Wo bin ich ihm gerade Sau laut vorgegangen Nirgendwo oder Hatte der da hinten nicht noch ein Medipack Beziehungsweise ich hoffe Dass der da hinten noch ein Medipack hatte Ja Ich habe wieder Medipacks Ich lasse mir damit nachladen Und ich spiele es jetzt gerade bewusst nicht auf Horror Weil Äh Weil man könnte einmal Das richtige Feeling von Metro Last Äh Ne Metro 2030 Oder was anderes nehmen Und ich habe das andere genommen Bewusst Weiß aber auch nicht Ob man das umstellen kann Falls Das ist irgendwie Video Ja Ich habe alles auf sehr hoch Und so Ähm Spieloptionen Weiß bla 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 Halten Schwierigkeiten Normaldeutsch Ja Also ich habe es auf normal Nicht auf Hilfe Und so Gemacht Weil wegen Äh Ich hatte mehr Lust darauf Und dann Hat es auch so gemacht Und ist jetzt so Ne Sonst könnte ich die Metro Aber das glaube ich Genau das gleiche Spiel noch Das Ändert sich nicht Sagen wir nur Dass es weniger Das äh Oh Dass äh Weniger von allem da ist Und jetzt habe ich halt Weil ich so ein Noob bin Ähm Aber ich habe das halt eingestellt Dass ich doch noch Von jedem Alles habe Also dass ich von jedem Genug habe Um nicht zu sterben Weil Ich bin Ein bisschen Noob Gerade wenn man kommentiert Dabei Und das ehrlich sehe Weil wenn ihr Let's Player seid Dann Ihr seid Auf einmal ein Noob Okay das ist zwar fies Aber ich will nicht Dass ich mich auch noch Angreifen danach Ähm Sobald ihr im Let's Play seid Seid ihr ehrlich Nicht mehr gut Das ist ehrlich so Oh Filter tauschen Äh Und das meine ich jetzt Komplett ernst Dann Habt ihr einfach so ein Syndrom Dass ihr schlecht spielt Und deswegen wollte ich das Damit das nicht so nervig ist Halt das jetzt mal auf Die Fakulti noch zu hart Gestellt Bei uns Wird ich hier nämlich Ihr habt ja gesehen Ich bin vorhin fast gestorben Und ja Da kann ich nicht lang Leute Jetzt bin ich hier unten Was soll ich hier denn machen Was soll ich hier denn machen Ich kann hier so lang Pierchen Hach Ich bin gut Kann ich hier rein Warte ich war hier gerade neben drin Mein Ernst Ich war hier gerade drin Muss ich überhaupt hin Kompass Geradeaus Da lang Okay Machen wir Licht an Okay Licht nicht Und Jetzt Nein so Ich muss geradeaus Hier muss ich hier lang Bitte tu mir nichts Ich bin nur eine vereinzelte Person Die nichts Die eigentlich nichts tun möchte Ach doch Nein Ähm Möchte ich da dran springen Nein Okay Ich möchte eigentlich nur hier durch Ich habe das sogar in meinem Kompletten Ernst gesagt Wie komme ich hier überhaupt durch Okay Muss jetzt da lang Okay Muss genau da lang Hi Äh Äh Ja Ich raff es wieder nicht Where I have to go Wir wissen es bestimmt schon alle Aber ich weiß es nicht Hm Hm Da irgendwo Ich gehe mal hier lang Hier irgendwo hoch Dann da lang Dann hier Dann ist da so eine Miene Hier auch Hier auch What the fuck Ist hier ein Überleben da drin oder Was hat die gerade so gerumpelt Okay Okay Ich habe die schwere Ausrüstung genommen Und bin nach Norden Und bin nach Norden Zur Messestadt Hier gegangen Wir haben riesige Probleme Mit unserem Haupten Norden Wenn ich in ein paar Tagen Nicht zurück bin Wir haben unsere Männer Und sag dem Oberst Bescheid Viel Glück Wer stieß da draußen Ist das Äh Der eine Hier Warum habe ich eigentlich Die Maske gewechselt Aber